Sag mal, ich hab auch ne Frage an dich. Hast du gestern Abend nachmittag auch das Spiel gesehen? Ich dachte schon, die singen gemeinsam Guten Abend, Gute Nacht. Tja, das können sie gestern heute in Deutschland singen. Jetzt sind wir aus und sind schon auf das Fluch nach hier und dürfen heute Abend im eigenen Bettchen bennen. Ja, hättet doch besser spielen müssen. Ja, hättet doch besser spielen müssen.